Jeder Mensch wünscht sich doch irgendwann mal seinem jüngeren Ich ein paar Dinge mit auf den Weg zu geben. So unter dem Motto, was würde ich meinem 20-jährigen Ich heute mit 40 so mitgeben. Zum Glück habe ich mein 20-jähriges Ich hier. Servus. Also, pass jetzt auf. Leben zwei Seiten. Bist du bereit? Ja. Let's go. Liebes 20-jähriger Ich, Frauen. Frauen sind wunderbar. Es ist das Beste, was es gibt auf dieser Welt. Und es ist das Schlimmste, was es gibt auf dieser Welt. Wir wollen sie. Und ich glaube, heute mit 40 zu wissen, dass wir sie wollen, bis wir 120 sind. Selbst wenn wir dann schon 20 Jahre tot sind. Wollen wir sie immer noch. Junger Palawan. Gib den Kampf nicht auf. Sie werden dir gefügig werden. Natürlich nicht. Natürlich bitte nicht. Nicht gefügig. Nein. Natürlich. Anyway. Bleibt dran. Es ist wert. Sie riechen so gut. Einer von vielen eigentlich. Mir scheint mein 20er als ich, ist schon schlauer als ich. Na. Na. Gut. Nummer 2. Es werden Leute kommen, sind wahrscheinlich schon genug in ihrem Leben gewesen, die gesagt haben, das geht nicht. Das kannst du nicht. Es ist besser, wenn du es nicht versuchst. Fuck them. Pretty hard. Forget nicht. Gibt's. Punkt. Wenn dein krankes Gehirn sich etwas einbildet, ziegst durch. Fuck alle anderen. Krank im deutlichsten Sinne. Metaphorisch natürlich. Natürlich. Also bitte. Gut. Nummer 3. Wenn du irgendwas findest im Leben, wo du denkst, das ist geil, das kann ich, sei es jetzt beruflich, sei es jetzt privat, mach es. Zeigst durch, du bist jetzt 20, du hast jetzt 10 bis 15 Jahre Zeit Bullshit zu machen. Du musst dir an Karriere denken, du musst dir an gar nichts denken. Und was du machen musst, ist für dich ein Profil basteln. Eine Personality, die Sachen weiß und kann, erfahren hat und was gesehen hat von der Welt. Wenn wir schon der Punkt 4 sind. Probier Dinge aus. Egal was. Sei es jetzt Papa weghochen, Drogen, sich einmal umhaken, also richtig wegschweißen mit Alkohol, in einem Bergsee baden, Paradeiten, Bungee jumpen. Wenn du meinst, dass das dann, also meine Struktur jetzt nicht ausgehalten, aber das sollt ihr nicht abhalten, es zu versuchen. Ja. Acht Monate kranken hast und alles ist wieder ok. Acht Monate heilen alles. Es ist definitiv eine Erfahrung. Und wie heißt das? Was dich nicht umbringt, macht dich härter. Gut. Nummer 5. Ja, 3 und 4 habe ich gesagt, oder? Genau. Und was war der 5? Hast du das noch? Scheiße. Dann probieren. Passt du? Ja. Ladies. Mach rechtzeitig was gegen die Demenz. Genau. Aber ganz schnell. Punkt 5. Exzessiver Alkoholkonsum und Drogenkonsum führt dazu, dass du mit 40 wahrscheinlich nicht mehr so fit bist. Okay, das war es nicht. Das war es nicht. Shit. Also was piepst du jetzt aus? Natürlich. Anyway. Der Sechs, das Leben ist voller Mysterien. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt enden werde. Aber es ist mir wichtig, dass ich das meinem 20-jährigen Ich einmal mitgebe. Und ja. Weil sie wissen, wo ich so drauf war mit 20, ich werde den Kanal von meinem Ich verlinken. 1 zu 1. Und dann schenkt sie mir ein Abo. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.